Ja, starten wir wie immer direkt rein. Auch beim letzten Mal haben wir hier oben gestartet mit unserem Pixel-Effekt. Auch das müssen wir jetzt tun, weil unser Fisheye-Effekt und der Inverse-Effekt, den wir einbauen werden, der soll ja das gesamte Bild beeinflussen, genauso wie bei den Pixeln auch. Und deswegen müssen wir hier in die UVs rein. Da wir den Pixel-Effekt mit integrieren wollen, müssen wir uns quasi vor unserem Pixel-Effekt positionieren und das Ganze hier aufbauen, hier integrieren und dann wird das Ganze weitergeschleust und am Ende testen wir es natürlich. Wie auch im letzten Pixel-Late-Upgrade-Tutorial nutzen wir die Screen-Position als Ausgangsbasis. Die kopiere ich mir einfach weg und dann gehen wir mal hier hoch und schaffen uns so ein bisschen Platz. Wir starten natürlich bei den UVs und schaffen uns unsere Basis mit einem Add hier. Hier gibst du einfach minus 0,5 ein. Nicht 0,6, 0,5. Und dann geht es auch schon weiter mit einer Note, die wir kennen. Und zwar mit einem Exponential Radial Gradient Exponential. Da brauchen wir einmal, und ich habe jetzt die 1 und die linke Maustaste gedrückt, um hier den Constant, Constant 1. Ja, reden ist heute nicht meine Stärke. Nicht meine Stärke, aber bleibt unter uns. Zu erschaffen und der kann auch bei 0 bleiben. Der geht einfach ins Center. Die anderen beiden kannst du, wenn du möchtest, auch als fixe Werte hier einbinden. Also er hier geht in den Radius und er geht in die Density. Aber wir wollen ihn natürlich steuern, deswegen machen wir auf jeden Fall ein Parameter draus. Wenn wir ein Parameter haben, dann wollen wir es natürlich auch organisieren. Deswegen denkt er hier einen Namen aus, dem du auf jeden Fall was anfangen kannst später in der Instanz. Ich habe hier einfach Fisheye für Fisheye Effekt und dann Gradient und was es halt ist. Radius genommen, ganz kreativ, aber da weiß ich einfach, was es ist. So. Das ist die Density. Die Standardwerte hier sind dann 1. Das Ganze soll natürlich dann auch wieder eine Gruppe, wir haben ja auch schon viele Gruppen gemacht. in den letzten Tutorials. Und die nenne ich auch ganz kreativ. Selbstverständlich. Fisheye. So. Da weiß ich zumindest, was das ist. Wenn du einen besseren Gruppennamen hast oder einen besseren Namen für den Effekt, dann schreiben wir bitte mal in die Kommentare oder vielleicht sogar den technischen Namen dafür. Ich kenne das nur unter Fisheye Effekt und ich denke, die meisten können auch was damit anfangen. Aber wäre mal nice to know. Ja, hier geht es direkt weiter, denn wir wollen nicht nur den normalen Fisheye Effekt, sondern auch das Gegenteil von dem Fisheye Effekt. Das machen wir jetzt hier. Wenn wir zwei Sachen brauchen, sozusagen einen Schalter, um etwas von A nach B zu schalten, an oder aus oder vielleicht beides, dann brauchen wir einen Lerb. Ich habe jetzt L gedrückt und die linke Maustaste. Und das geht schon mal in die erste Weiche rein. Und wenn wir von irgendwas das Gegenteil haben wollen, dann nehmen wir natürlich einen One- und der kommt in B rein. Der Schalter kann natürlich auch ein fixer Wert sein für dich. Wir wollen das natürlich hier wieder steuern. Wir wollen alles steuern. Und das nenne ich jetzt einfach Fisheye Inverse. Und der Schalter bleibt auf 0, damit er A nimmt. Wenn ich ihn auf 1 stellen würde, dann würde er B nehmen. 0,5 wäre eine Mixtur aus beidem. Das Ganze kommt jetzt hier oben in ein Multiply. Da sehen wir. Wird multipliziert. So, M, linke Maustaste, macht ein Multiply. Und jetzt kommt die nächste Note, die wir beeinflussen können. Hier beeinflussen wir die Power. Also im Grunde genommen an, aus. Deswegen nenne ich das jetzt hier Fisheye Blend. Das lasse ich mal auf 0,5 vielleicht. Dann haben wir einen ganz kleinen Effekt. Das muss jetzt ein bisschen höher, weil jetzt kommt noch eine Note. Dann sind wir auch schon fertig. Versprochen. So, Achtung, kommt jetzt ein bisschen Spaghetti. Denn der Substruct, der muss hier einmal durchgeschleust werden. Beziehungsweise die UVs. So, und der kommt auch hier unten rein. Ganz wichtig. Der muss in B. Und dann vorne von den UVs hier oben rein in A. So, jetzt kann der natürlich wieder ein bisschen runter. Vielleicht noch ein bisschen nach links. Dann ist das ein bisschen kompakter, das ganze System. Das kann vielleicht hier hoch noch. Und dann sind wir good to go. So, da wir hier vorne mit den UVs arbeiten, brauchen wir die UVs hier unten ja nicht mehr. Die waren hier vorne dran. Das hatte ich eben schon vorbereitet, aber so ist das vielleicht besser ersichtlich. Das ist hier unser Pixel-Effekt gewesen. Und die brauchen wir jetzt nicht mehr. Die werden ersetzt, weil wir hier schon die UVs durchschleusen. So, kommt also hier rein. Und einmal hier rein, wo die dran waren. Dass es ein bisschen cooler aussieht. Ja, ich weiß nicht. Okay, sieht immer noch genauso scheiße aus. Können wir später machen. So, und habe ich jetzt hier auch die Gruppen hinterlegt? Ne, habe ich natürlich vergessen. Fisheye-Effekt und Fisheye. Na, nicht mehr hin, sondern Fisheye. Dann haben wir die, die, die und die. Okay, dann können wir noch festlegen, was als erstes kommen soll. Nehmen wir mal das. Dann kommt als zweites der Inverse. Dann kommt als drittes der Radius. Und dann kommt die Density. So, apply und save. So, und dann können wir es auch schon testen. So, man kann es schon ein bisschen sehen. Es biegt sich hier alles schon so ein bisschen. Rauf und runter ist da sehr prägnant. Und wenn wir unsere Instanz reinziehen, haben wir auch schön in der Fisheye-Gruppe alles, was wir brauchen. Einen Effekt rauf und runter. Und hier an der Stelle, sonst haben wir ja immer alles schön geklemmt hier. Habe ich das jetzt absichtlich nicht gemacht, weil manche Dinge, also wenn das broken ist, in Anführungsstrichen, weil die Werte zu hoch oder zu niedrig sind und da quasi Fehler auftauchen, dann kann man das auch als Effekt nutzen. Das zeige ich dir gleich noch. Aber jetzt erstmal der Blend-Effekt. Ich sage mal jetzt hier einfach 0. So, ganz normales Bild. Dann können wir sagen, okay, wir wollen auf jeden Fall alles haben. Die gesamte Power von dem Effekt. Das ist natürlich zu viel, aber da musst du natürlich selber wissen, wo du das klemmst. Das kann man natürlich jetzt auch überspitzen. Und dann wechselt sich das Bild und das könnte man zum Beispiel als Störung nehmen. Was ich auch besonders cool finde. Und man kann das natürlich auch ins Minus dann setzen. Das ist jetzt weniger. Ja, vielleicht als An-Aus-Effekt könnte man das, wenn das extrem schnell geht, nutzen halt so. Aber da wollte ich jetzt gar nicht darauf hinaus. Das muss man natürlich dann klemmen. Ich würde es jetzt erstmal zwischen 0 und 1 klemmen, standardmäßig. Dann haben wir jetzt hier den, und ich mache mal hier wieder eine 1 rein. Oder doch, machen wir 1, weil das ein bisschen übertrieben ist. Dann sieht man das gut. Wir haben jetzt den Inverse. Den können wir jetzt auch umschalten halt. Das ist jetzt zu viel. Aber bei 0,5 ist völlig klar. Jetzt wird das alles nach außen gebogen, so ein bisschen. So, wenn wir den jetzt mal so anschauen und ich das ein bisschen switche, wird auch klar, wie das ganze System arbeitet. Den kann man wahrscheinlich so irgendwo bei 0,6 oder 0,7 klemmen. Muss man mal gucken. Ich wollte halt einfach nur mal die ganze Range zeigen hier. So, also Inverse aus. Und dann haben wir hier den Radius und die Density. Auch sehr interessant. Hier können wir insgesamt... Du siehst es ja schon, den Radius im Bild beeinflussen, was ziemlich cool ist. Das heißt, der ist jetzt ungefähr ab hier beginnt er. Und dann wird das Bild... Also ab hier normalisiert sich das Bild wieder. Und so sind die Kanten halt immer das normale Bild. Und der Effekt ist halt wirklich nur hier drin. Das kann man natürlich noch kleiner machen. Und dann ist er nur ungefähr hier in der Mitte der Effekt. Was auch ziemlich cool ist. Und das kann man natürlich auch über eine Timeline laufen lassen und das größer und kleiner machen. Und dann haben wir noch die Density. Damit kann man auch ziemlich viel machen, wie du siehst. Und das ist das, was ich eben meinte. Da kann man schon richtig coole Sachen mitmachen. Also mit beiden Effekten. Je nachdem. Das kann natürlich in der Theorie auch eine Bildstörung sein. Und das Ganze, wenn das ein bisschen größer oder kleiner ist, halt für viele Sachen benutzt werden. Auch im Vergleich mit... Oder im direkten Vergleich mit dem Pixel-Late-Modus. Das kann ich dir auch mal eben zeigen. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel... Oder stellen wir hier mal eben die Standards wieder her. So, dann haben wir den normalen Modus. Und also mit Fisheye-Blend 1. Ich würde mal sagen, wir nehmen einfach mal 0,5 für... Ja, für einen halbwegs vernünftigen Fisheye-Effekt. Den könnte man natürlich jetzt wieder in die Mitte schieben mit dem Radius und mit der Density. Und wo sind wir denn da? Der Pixel-Blend. Wenn der Pixel-Blend nämlich zu groß wird, dann rastet der auch aus. Was auch ziemlich geil ist, finde ich. Also damit kann man auf jeden Fall was machen. Das geht natürlich auch in die andere Richtung. Und du hast halt immer einen Teil von dem normalen Bild schon mit drin. Also so ein bisschen könnte man sich noch zurechtfinden, je nachdem. Ja, und das kann halt auch vielleicht die Sicht von irgendeinem Monster sein. Oder eine Störung in diesem Nachtsichtgerät zum Beispiel. Deswegen, das wollte ich dir nicht vorenthalten. Auch mit diesen Over-the-Top-Einstellungen, sage ich jetzt mal, kann man auch schon ordentlich was machen. Schreib mir wie immer sehr gerne in die Kommentare, was du von einem Effekt hältst. Und wie wir ihn vielleicht verbessern können. Wenn du mich unterstützen magst, dann kannst du das schon ab 1 Euro über Patreon tun. Und erhältst zum Beispiel eher Zugriff auf solche Videos. Und auf die Projektdateien natürlich von allen meinen Tutorials. Wenn du mal Hilfe brauchst, komm auch auf Discord vorbei. Da helfen wir dir. Da sind wir schon über 200 Leute. Da finden wir mit Sicherheit eine Lösung für dein Problem. Und auch natürlich einfach, wenn du mal quatschen möchtest oder dein Projekt zeigen möchtest, bist du da herzlich willkommen. Und ich würde sagen, wie immer, wir sehen uns im nächsten Video. Unreal Engineer, out. Unreal Engineer, out.